so hallo und herzlich willkommen zu einer folge gta online und zwar es ist wie man sieht nicht mehr winter denn ich habe neulich gta online gespielt da war es noch schnee und da habe ich so einen kleinen bug gefunden er hat mehrmals funktioniert allerdings hat er dann später nicht mehr funktioniert habe ich gedacht mache ich doch ein video vielleicht bringt es irgendjemanden der gerade in gta einsteigen ein bisschen money braucht vielleicht hilft es dem ja so und dann habe ich das versuch hat nicht wirklich funktioniert und dann habe ich einfach so ja ich habe einfach gta gespielt wenn es schneit was macht man so in gta schneemänner bauen rodeln skifahren und halt irgendwelche leute und das dürft ihr jetzt sehen also dann viel spaß hallo es ist weihnachten heute ist der erste weihnachtstag der 24 und damit ist pünktlich das weihnachts dlc für gta online 5 ausgekommen so m in diesem dlc in dem update gibt es jetzt eine funktion die gab es auch schon vorher dankeschön und die funktion ist du kannst schnee aufsammeln und daraus ein schneeball formen diesen schneeball kann man jetzt mit rechte maustaste heranzoomen und dann mit links werfen na toll ein bisschen der schmack ist naja wenn bei gta die maus nicht richtig funktioniert dann ist so eine sache so hier habe ich mein schönes auto und jetzt gibt es da so einen kleinen bug damit er ist winzig klein und mit diesem bug kann man ein bisschen geld machen und letztes mal und so irgendwie um die 1000 und so kann man dann kleine summen einfach so kriegen ohne sich groß wegen kopf sorgen zu machen so ich habe mir ein paar schneeball jetzt gehen wir da rein und dann darf ich einmal irgendwo hin dann ist er verschreckt und dann kann man einfach die kasse ausräumen ja komm bitte jetzt so und ich habe trotzdem sterbe ich bin super hier habe ich das jetzt hingekriegt ok so noch ein versuch hoffentlich und ich habe bisher habe ich noch keine sterne ok ich bin echt blöd so nächster versuch mal sehen und ich habe geschlagen das war blöd ok dann werfe ich den trotzdem mal ab so und ich trotzdem aus streiche ich halt ein bisschen geld rein und gehe ich zurück gut dann wird das einfach nur eine winterliche folge gta die erste ist wunderschön die stadt das ist so verdammt glitschig schnee es ist zugefroren ich habe natürlich als vergreifen und das muss ich gucken dass ich mir als vergreifen wohl das schneeballe ich frage mich ob man auch ähm mich anfangs hat wie ein kopf gelb der ist gleich in der nähe ich hoffe der tötet mich jetzt nicht ich habe mir nichts getan der ist irgendwo da unten jetzt bewegt dich da noch weg so wo ist der so wo ist der wo ist denn der ich finde dich ich krieg deinen kopf gelb bitte annehmen und wieder ab ich habe das du hast das kopf gelb eingestreicht und habe es direkt aufs kopf natürlich oh schöner Schuss oh das sieht toll aus okay viel spaß was willst du denn jetzt so ich glaube ich brauche ein anderes auto ich wollte winterreifen holen wenn ich darüber winterreifen und es gibt ein neues auto das muss ich auch mal angucken das interessiert mich jetzt weil das sah ganz cool aus ich glaube es ist wie viel kostet das passt nicht ganz ich muss mal kurz mein anderes auto verkaufen mal sehen wie ich dafür äh wie viel ich dafür steuer fahrzeug ist frei bleib am steuer fahrzeug okay dann machen wir doch lieber das bleib am steuer okay okay das navi spinnt mal wieder rum haben sie echt sehr realistisch hinbekommen wie im echten leben so ich sehe hier kein fahrzeug tut mir leid tut mir leid voll weg lol das gibt es jetzt schon gut happy new year anvisieren alter cool 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 oh neues kopfgeld was mach ich jetzt lieber kopfgeld oder mal sehen wie weit es weg ist wenn ich jetzt schon geholt hm der knallt mich ganz sicher jetzt ab ah der ist da und da ist tuningwerkstatt die steht aber auch irgendwann wann es beginnt ich brauche diese winterreifen so dringend so ich mache jetzt einen kleinen cut und wenn ich da bin und die winterreifen dann wird es weiter dann